Mit dem Hook Modifier können wir Flächen mit einem beliebigen Objekt verformen. Das funktioniert, wenn wir im Edit Mode unser Objekt auswählen, die Flächen markieren, die wir verformen möchten und dann STRG und H drücken. Dann haben wir drei Auswahlmöglichkeiten. Erstens ein neues Objekt erstellen lassen, das unser Hook wird. Zweitens ein zuvor selektiertes Objekt benutzen oder drittens ein Bone als Hook zu benutzen. Mit Objekt bestimmt man das Objekt, was als Hook genutzt werden soll. Mit Vertex Group geben wir eine bestimmte Fläche an, die für diesen Modifier genutzt werden darf. Sollten sich nun mit dem Hook Modifier verbundene Flächen außerhalb dieser Vertex Gruppe befinden, werden diese nicht mehr verformt. Mit RADIUS geben wir den Einflussbereich des Hooks an und mit STRG wie stark der Modifier das Objekt verformen darf. Mit FALL OFF TYPE haben wir wieder unterschiedliche Möglichkeiten, in welcher Art und Weise der Hook das Objekt verformen darf. Die UNIFORM FALL OFF Funktion ist nützlich, wenn man den Hook an skalierten Objekten verwendet. Wenn wir in den Edit Mode wechseln, haben wir noch vier weitere Einstellmöglichkeiten. RESET bedeutet, dass alle Flächen, die dem Hook zugewiesen waren, wieder in ihre Grundposition zurückkehren, sodass die Position des Hooks neu bestimmt werden kann. RESET setzt den Hook Mittelpunkt an die Position des Cursors. SELECT selektiert alle Flächen, die von dem Hook verzerrt werden. Und mit ASSIGN können wir Flächen dem Hook hinzufügen oder abziehen. REGULTAKER Vielen Dank.